Wir schreiben das Jahr 1010 nach Christus. Im Nordosten der Russ herrscht Gesetzlosigkeit. Verdammt! Wir haben alles niedergebrannt. Sie sind runter zum Plus! Verfolgt sie! Verfolgt sie! Diese Barbaren versklaven unsere Leute. Ich bitte euch um die Hand eurer Tochter. Sie werden euch töten. Wenn du hier bleibst, gibt es Krieg. Viele kamen schon vor euch in Frieden und dann töteten sie uns. Verfolgt sei Jaroslav! Wir opfern in den Göttern! Tötet den Fürsten! Ruf die Generäle zusammen! Schießt! Harald und seine Wikinger haben sich in Stellung gebracht. Im Morgengrauen greifen wir an. Dann werden viele Unschuldige sterben. Der Junge hat mich gesehen. Er darf nicht am Leben bleiben. Wo ist der Juscha? Wo ist der Juscha? Erf! Große Rudi! Öffne für mich die Tore mal alles! Ritterfürst Jaroslav! Ritterfürst Jaroslav! Auf her! Ritterfürst Jaroslav! Ritterfürst Jaroslav! Ritterfürst Jaroslav